Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zuhause. Heimat, das heißt Reep. Reep. Weißt du? R-E-E-P. Deswegen kommt der Name Reeperbahn. Und das ist ein Tau. Aber Reep nennt man ein Tau in der Seefahrt. Es ist kein Tau, sondern ein Reep. Aber jetzt ist die Reeperbahn der Freizeitzone. Der Reep-Distritt. Jetzt ist die Reeperbahn S1. Nach Airbus. Nach Puppenbuttel. Wir fahren heute Richtung Holstdorf. Und von da steigen wir aus mit der S-Bahn. Und laufen wir der Alstertal. Wir laufen bis zum Puppenbuttel. Und dann zurück mit der S-Bahn. So eine kleine zweieinhalb stündige Wandern. Wir gehen heute wandern. Nächste Station. Nächste. 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 Ausstieg. Nächste. 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 Es ist eher Feindschaft. Guck mal, was es hier alles für Fische gibt. Viele Fische. Ja. Hier. Das ist ein Aal. Ein Aal. Die haben irgendwann mal über Aale gesprochen. Erinnerst du dich? Elbtun. Weißt du, was diese Pfeile bedeuten? Also wenn ihr mal alleine hierher kommt und ihr denkt mal, ich hab nicht gleich verlaufen, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, dann folgt ihr diesen Pfeilen. Weißt du, dann kommt ihr schon irgendwo raus. Das ist immer ganz gut. Da ist euch einfach die Brücke alles klar. Und dann kommt ihr die Brücke. Dann kommt ihr auf den Brücke. Dann kommt ihr auf den Brücke. Dann kommt ihr auf den Brücke. Das ist toll. Heiho! 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 Wir sind verrückt und froh. Ich bin zufrieden, aber Mutter. Aber unsere Wand ist sehr toll. Unsere oder unsere? Unsere Wand ist sehr toll. Wie ich mich fühle, also ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel frische Luft heute getankt. Es war ein wunderschöner Spaziergang. Ich kannte dieses Gebiet hier auch noch nicht. Das ist einfach toll. Also so viel Grün und trotzdem ist man noch in Hamburg. Wahnsinn. Echt. War super. Das Herz von St. Pauli, das ist unsere Heimat. In Hamburg, da bin ich super. In Hamburg, da waren die